guten tag ich begrüße sie zum zweiten meet and greet der beruf und familie mein name ist oliver schmitz ich bin geschäftsführer der beruf und familie und es freut mich sehr heute als gesprächspartnerin frau inga dransfeld hase begrüßen zu dürfen frau dransfeld hase ist direktorin people and culture bei bp europe und sie ist präsidentin des bundesverbands der personalmanager sie hat somit eine sicht zum einen aus ihrer erfahrung heraus als sehr erfahrene personalmanagerin zum anderen aber auch noch mal so eine übergeordnete sicht aus der verbandstätigkeit heraus mit ihr möchte ich mich heute über die zunehmende komplexität im personalmanagement unterhalten die arbeitswelt wird vielfältiger wird flexibler wird individueller und somit steigen auch die herausforderungen an das personalmanagement zum einen muss der betrieb am laufen gehalten werden betriebsabläufe müssen funktionieren zahlen müssen erreicht werden aber zum anderen muss auch darauf eingegangen werden was sind die belange der beschäftigten und da eine balance herzustellen und auch eine art aushandlungsprozess zu machen über die herausforderung möchte ich mich jetzt gerne mit frau dransfeld hase unterhalten guten tag frau ranzfeld hase freut mich sehr sie heute hier begrüßen zu dürfen zu unserem meet and greet herzlich willkommen dann starten auch direkt mit der ersten frage rein was auch so ein bisschen so ein rückblick ist um ja auch von ihren erfahrungen zu profitieren zum einen natürlich als personalmanagerin aber auch als präsidentin eines verbandes und was würden sie denn sagen wie sich so in den letzten zehn jahren das thema personalmanagement aus ihrer sicht entwickelt hat ja schönen guten morgen geschwitz danke für die einladung wie hat sich das personalmanagement entwickelt zehn jahre das ist ja eine dekade und ich glaube wir müssen da ein bisschen aufräumen mit vorurteilen also kommen von das ist verwaltend es ist um human ressource personalabteilung mein berufstitel ist mittlerweile people and culture also die unternehmenskultur und die menschen wir sind mit dem hr management in die mitte der unternehmen gerückt und ich glaube wir sehen die pandemie hat uns gezeigt wie verletzlich die menschen gerückt sind und wie wichtig es war zwischen ich sage an der stelle unternehmensbericht wo steht der mensch die wichtigste ressource und dann zu erleben wie verletzlich wir sind und das ganze abteilung umorchestriert wurden um einfach nur sicherzustellen dass wir gesund durchkommen das hat sich maßgeblich verändert was der cfo noch in der finanzkrise war glaube das hat sich geändert dass wir da in den mittelpunkt gerückt sind und es wirklich wichtig ist dass man gesund und mit einer guten vereinbarkeit ja arbeitsplätze schafft die man sehr zufrieden ausfüllen kann was bedeutet es denn so für die skills für die fähigkeiten die quasi gefordert sind was personal manager anbetrifft hat es da auch eine große änderung gegeben ja ganz gewiss denn wenn man ich sag mal aus der einen ecke in die mitte rückt dann zieht sich das auch bei den personalmanagern mit und ich würde sagen insgesamt wenn wir sehen wir kommen in andere arbeitswelten wir bauen hierarchien ab also für die wissensarbeiter was passiert wir sind agiler wir haben netzwerke was braucht dann der personaler ich glaube es ist die empathie es ist die fähigkeit zuzuhören und es ist dann über verschiedenste stakeholder hinweg einigkeit zu finden ich glaube wir haben auch gesehen dass jetzt wo es darum geht gesundheitsschutz wir müssen alle nach hause müssen von zu hause arbeiten da kann man auf betriebsvereinbarungen verzichten da kann man lösungen kreieren da sind sich alle einig da geht von dem aufsichtsrat bis zum bis zum empfang jeder dann in das häusliche umfeld die it zieht mit ich glaube das war ein moment wo wir gesehen haben was geht wenn alle an einem strang ziehen und ich glaube vor dem hintergrund kulturkonflikte dass man einfach schaut die mehrheit der beschäftigten kann nicht ins home office gehen wie stellen wir das dort sicher was ist die neue freiheit der anderen was ist entgrenzung also es hat ja viele vor und nachteile und da das gute raus nach vorn zu bringen und für die interessen der mitarbeiter und mitarbeiterinnen dort einzustehen das sehe ich und das braucht eben die fähigkeit mehr auf der soften seite und da sollte man investieren herausfordernd ist ja auch der fachkräftemangel der ganz unterschiedlich ist je nach branche auch und und je nach profession auch da kommt ja häufig das thema auch auch was antreiber auch bei uns beim audit buchen familie ist das thema bindung und gewinnung von beschäftigten was halten sie denn für wichtiger wo sollte man mehr investieren in die bindung oder in die gewinnung das ist eine schöne frage weder noch erstmal glaube ich müssen wir beim fachkräftemangel schauen dass er kommt und ganz geballt und mir wäre auch noch mal gerade aus verbandssicht wichtig dass man sieht was alles das ganze umfasst also dass wir schauen ja bestimmt im it-bereich und wenn wir software entwickler haben jetzt nach der krise wenn wir alle noch vermehrt online einkaufen was brauchen wir da aber wir haben ja auch fachkräftemangel im handwerk so und da ist das so kann ich als einzelbetrieb denn dann dafür sorge tragen schwierig dann gehen wir in die pflege da war viel applaus was kommt danach und wie wird das gesundheitssystem attraktiv gestaltet also ich glaube der fachkräftemangel wir müssen insgesamt sehen dass und das wäre mir wichtig beim berufswünsch dass jeder sieht was treibt mich an was erfüllt mich und macht mich glücklich und da kann ich im handwerk genauso glücklich werden wie in der pflege oder wenn ich der datenspezialist bin ich glaube da hat die zukunft viel für uns bereit und das müssen wir auch in entgelt weiter denken und dann die qual der wahl wenn ich nicht genügend habe dann ist das glaube ich als erstes mal wie finde ich wie mache ich mich da attraktiv wie baue ich eine marke auf was nicht einfach ist wenn ich wenn ich im gesundheitswesen vielleicht der zehnte pflege dienst bin oder wenn ich sage na mein geschäftsmodell stellen gleich alle um und ich brauche jetzt die gleichen spezialisten im it bereich oder wir gehen in ganz neue märkte ich komme ja von von öl und energie wenn ich daraus komme dann wie ist das denn wenn ich ein auto nicht mehr an der tankstelle tanke sondern elektrisch chargen will dann brauche ich ganz andere kompetenzen also da glaube ich ist es je nach umstellung dann für die mitgliedsunternehmen und für die personaler eher die gewinnung und wenn ich dann gut aufgestellt bin und durch die krise gehe dann möchte der ein oder andere vielleicht was von meinem kuchen abhaben dann wären wir dabei dass ja das ja gesagt wird mensch an der anderen seite des ufers ist ist es noch viel schöner kommen herüber bei der bindung geht es mir um kultur also dass man wirklich sagt womit werben wir und wofür stehen wir ich sage mal nach dem rekrutieren wenn man dann 100 tage später essen geht ein gespräch ist nur eine momentaufnahme und sich danach trifft da kommt es ja dann darauf an dass es passt und für die bindung das ist dann ich sag mal in dem veränderungsmanagement der längere weg denn das ist ja wie die einzelne miteinander agieren was wirklich informell die organisation und das wäre das investment in die kultur und wenn man da was macht hat das die bindung dass egal ob der eine ein bisschen was mehr zahlt ob es andere dinge geht und da kommen wir später hin dass da glaube ich auch ein schuh draus wird dass man sagt wenn man eine gute vereinbarkeit hat von work life aber dann auch gerade in dem familienbereich und familienfreundlichkeit und was habe ich an meinem unternehmen glaube da kommen wir zu echten assets dass man sagt nee ich wechsel nicht weil ob ich das alles habe das weiß ich nicht das kann man ja später noch vertiefen da kann man glaube ich in der bindung mit klein budget und guten ideen eine ganze menge machen ja und welchen stellenwert hat da die vereinbarkeit von beruf und privatleben wenn ich jetzt um meine marke bilden will quasi als arbeitgeber für mich eine ganz große denn ich bin ja da arbeitendes elternteil sage ich an der stelle und wichtig ist doch jeder mensch möchte aus meiner sicht ein erfülltes leben haben und da steht erst mal jedem frei was was das für ihn ist und in welcher lebensform aber wenn wir dann dazu kommen dass man sich zur familiengründung entschieden hat dann heißt das doch an der stelle ich möchte für beides da sein ich möchte arbeiten weil das mich vorher erfüllt hat mich erfüllt und auf der anderen seite auch im familienleben und das unter einen hut zu bringen ist doch eine wunderbare sache wenn das akzeptiert ist vom unternehmen ist das aus meiner sicht so eine bindung wo man sagt nee das gebe ich nicht auf da muss ich mehr reisen da weiß ich nicht ob ich sagen kann kind krank und nicht die e mail kommt sie müssen aber sondern wenn dann die wenn dann die rückmeldung kommt ich habe gehört das kind ist krank nimm doch nimm doch frei das ist echtes echte wertschätzung an der stelle und wenn man die freiheit und die sicherheit hat dass man willkommen ist mit der ganzen familie nenne ich das mal an der stelle ich glaube dann hat man in anderen aspekten auch den ganzen den ganzen mitarbeiter die ganze mitarbeiterin mit voller kreativität und allem weil der mensch hat ja viel mehr zu bieten als das was man augenscheinlich gerade gerade an dem tag mit zur arbeit bringt auf jeden fall also das ist ja auch unsere überzeugung dass am ende dann beide seiten alle seiten davon profitieren um nochmal auch so auf das thema bindung und gewinnung zu kommen man schaut ja immer sehr stark was wir auch machen langfristige studie über die generation set also was was brauchen was wollen die die jüngeren die einsteiger die man gewinnen möchte vergisst man darüber nicht auf häufiger auch schon mal die älteren beschäftigten so die die 50 plus beschäftigten gerade wenn ich jetzt auch sehe renteneintrittsalter steigt wer weiß wo es noch hinsteigt man darf viel länger sollte man da nicht auch mehr noch mal auf die älteren generationen also auf die spätere lebensphase eingehen ich glaube das müssen wir ganz gewinnst weil wenn wir einfach nur von zahlen dachten fakten schauen und sehen wie groß der fachkräftemangel ist werden wir da gar nicht dran vorbeikommen ich habe aber auch noch ich würde sie best ager nennen und ich glaube zwischen der fragestellung jüngendynamisch viel besser in der digitalisierung um alle um alle unconscious bias hier zusammen zu bringen und dann auf der anderen seite ganz ganz erfahren voll mit lebensweisheit vielleicht gerade nicht harte nächte haben mit dem nachwuchs sondern nur erfüllt als großelternteil ich glaube das ist eine ganz tolle kombination und wenn wir über vielfalt sprechen dann hat man vielleicht im start-up auch ein vielfaltproblem wenn da alle nur jung sind und man sich in meinem alter mit über 40 dann schon alt fühlt das ist dann auch eine fragestellung also ich bin dafür eine bunte mischung und ich kann zum beispiel sagen dass beim hr start-up award dieses jahr wir auch viele beiträge hatten wo es auch darum ging wie kann man das denn noch mal attraktiver machen denn wenn wir sehen wie groß ist die zielgruppe einfach derjenigen die noch erwerbstätig sein könnten und wenn wir dann auch noch mal schauen das hat ja was mit bildung zu tun auch noch mal im stereotyp deutscher ansatz ich habe eine ausbildung ich habe ein studium ich bin fertig ich habe ein erwerbsleben danach die rente dazwischen kommt ja ganz vieles und ich glaube da müssen wir halt denken dass vielleicht nach körperlicher arbeit noch mal ein ganz anderer job kommt oder dass man sagt ich bin jetzt in der mitte das hat mir nicht gereicht da habe ich noch mal umgedacht und was anderes das hört sich jetzt sehr rosarot an aber ich glaube wenn die kräfte weniger werden und die möglichkeiten steigt auch die kreativität und dann zu sagen ich lasse mich noch mal ein und das müssen wir in instrumenten auch noch mal umdenken wie das dann gefördert wird oder überbrückt wird denn in einer ausbildung hat man nicht so viel in einem studium hat man nicht so viel und wenn man in der mitte des lebens noch mal was drauf sattelt oder umsattelt da brauchen wir glaube ich antworten für die aber bei den großen gesellschaftlichen veränderungen die wir haben von mobilität bis klima glaube ich einfach erforderlich sind ja also da wird noch was kommen und die mischung wird aus meiner sich besser werden und bunter da kann man sicherlich von von profitieren gegenseitig die verschiedenen generationen generationen mix ist ja auch mit ein ein schlüssel auch für innovationsfähigkeit sicherlich auch einer organisation und meint nur durch die corona pandemie wird ja das ganze thema digitalisierung auch getrieben auch da ist ja auch ganz spannend was wie sich das im personalmanagement dann auch verändert dieses ganze thema auch führen auf distanz was gibt es für anforderungen neue an beschäftigten aber eben auch an führungskräften wie werden wir da in zukunft mit umgehen wird es ein stück weit selbstverständlichkeit sein oder werden wir eher wieder stück weit zurückrudern was schätzen sie ich habe sehr am anfang mich schon festgelegt auf die hybride arbeitswelt ich der festen überzeugung bin wenn es darum geht man macht e mails man ist in eins zu eins gesprächen mit der ganzen welt oder arbeitet sehr konzentriert an einem konzept da muss ich nicht unbedingt an einem ort im büro sein und vorher eine stunde über die autobahn gefahren sein ich glaube das haben wir alle jetzt gelernt und mit bravour umgesetzt und ich glaube da haben wir insgesamt gesehen und können das mit sehr viel stolz sagen dass es doch viel besser geklappt hat als jeder sich je hätte träumen können also in jedem einzelnen steckt da eine menge mehr und auch was wir alles lernen können also da glaube ich kann man sagen das ist die steilste lernkurve für alle wissensarbeiter schlechthin da würde ich einen dicken haken dran machen aber es fehlt ja auch eine ganze menge wenn es mal um einen konflikt geht ich habe gewechselt und bin ganz virtuell ongebordet ich war vorher in einer in einem internationalen umfeld und ich habe mir immer gesagt nur weil jemand viel da ist und ich die sehe und ich lange da bin deswegen leistet der andere im anderen land ja nicht weniger oder andere dinge also ich habe mich sehr oft sehr früh versucht davon frei zu machen dass das was anderes ist also dass das man sagen kann man braucht das nicht und es zählt wirklich nur die leistung und nicht wem man wie oft gesehen hat oder was passiert aber wir sind alle nur menschen was dann aber wirklich fehlt ist ja die begegnung dass kreative miteinander denken dass man lacht dass man auch mal nicht nur hier hat sie dann auch einen unterkörper was ist der rest ist ja groß ist ja klein man hat ja einen gewissen eindruck aber das ist nicht der gesamte mensch und ich war jetzt mal eine ganze woche im büro und danach war das mein büro weil ich mich dann schon wieder darauf in der gewohnheit eingestellt habe dass es das büro ist ich glaube müssen sehr fein schauen die begegnung wird das echte erlebnis das muss man dann sehr gut vorbereiten das muss einen sinn haben weil ich glaube man wird dann schon gechallengt naja jetzt bin ich hierfür hingekommen bin ich hier hingeflogen und was war das denn das hätten wir auch virtuell machen können also ich glaube das hat noch hat noch einen anderen aspekt und dann wenn die meetings richtig richtig gut sind werden wir das auch alle genießen zusammen zu kommen deswegen hybrid und das muss dann natürlich auch gestaltet werden denn da möchte ich als herzensangelegenheit noch mal darauf hinweisen das ist schon ein großer schritt wenn wir dann unseren enkelkindern einmal sagen vorher waren wir fünf tage die woche im büro alle von acht bis so und so viel uhr da hat keiner differenziert alle im selben slot aha und dann gucken die uns alle an und sagen das so ähnlich wie das telefon mit drehscheibe da gab es ja gar nicht mein essen warum sollte ich das machen das war doch ungünstig mit den anderen zeitzonen also ich glaube da werden wir schauen müssen aber ganz viel hilfestellung leisten dass alle den weg mitgehen können und dass wir auch bei den themen entgrenzung wie kann ich entspannen was ist mit der mentalen gesundheit da kommen viele neue aspekte zu und dann haben sie den wichtigen punkt führung gesagt denn die leisen stimmen können verloren gehen hat sich wirklich jeder gemeldet also ich glaube da können wir ein ganzes format drüber füllen wenn man sagt new work und führung und was macht das mit der kultur wie man das neu zusammen denkt deswegen war ich am anfang bei ihrer zehn jahres frage beim gestalter und das kommt wirklich was eine ganz neue ära auf und zu und das macht spaß aber brauche ich glaube ich keinem sagen dass ich da da befinden wir uns ja quasi gerade in einer ganz spannenden zeit weil hat ganz viel gestaltet wird gestaltbar ist auch ich denke das sollte man auf jeden fall ein stück weit positiv sehen und da braucht es natürlich auch die antreiber und die antreiber auch in den bei den beschäftigten die natürlich dann da mitmachen aber auch bei den führungskräften auch die entsprechenden antreiber die gleichzeitig auch nutznießer sind wie kann man denn überzeugen also ich erlebe durchaus auch in organisationen wo dann führungskräfte sehr zurückhaltend sind auch 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 ängstlich zum teil sind mit mit dieser technik umzugehen ja wie kann man sie denn so antreiber machen für das thema gibt es da ein paar ideen aus ihren erfahrungen heraus wie man überzeugen kann quasi für das thema ja erstmal möchte ich noch vorausstellen es geht ja auch um viel denn ich sehe dass gerade jetzt durch das digitale arbeiten auch noch mal die entscheidung auf viele schultern gesetzt werden also es ist nicht der eine der gefragt wird sondern experten und es wird ganz viel breiter dann gebe ich ja als führungskraft macht ab und vielleicht ist dann noch das büro eines tages nicht mehr da und dann brauche ich keinen dienstwagen mehr und dann reise ich nicht mehr so viel und es gehen viele viele dinge vielleicht und brauche ich bei teams noch eine assistenz wie läuft das alles kann ich mich nicht selber organisieren das ist eine große umstellung und die hat auch damit zu tun dass es zu verlustängsten kommen kann also ich glaube das ist einmal wichtig dass man sieht in dieser welt ist vieles auch dann auf einem neuen prüfstand und wenn ich dann als führungskraft vielleicht an der stelle sage ich fand das eigentlich alles gut wie es vorher war dann kommt da eine gewaltige veränderungslinie auf mich zu wo ich es so halte dass ich mit den einzelnen spreche mir versuche ganz klar aufzuzeigen was treibt den einzelnen jetzt um woran liegt es denn wenn man sehr operativ ist das müssen wir auch sehen dann ist das schon toll wenn man zusammen ist und was verkauft verkauft oder mit banken zu tun hat oder geschäft oder irgendwas charter muss da muss es ja zack 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 entscheidung links rechts da kann das sehr wunderbar sein in einem raum zu sein und zusammen das zu machen aber nichtsdestotrotz glaube ich gibt es in jedem beruf das ist so ähnlich wie ist teilzeit möglich kann man jeden job aufteilen und gibt es immer ruhige minuten und hat man die nacharbeiten und die braucht man nicht zusammen machen und der tag muss ja auch nicht mehr acht stunden im büro sein sondern kann kürzer sein also insofern ist es das gespräch das niedrigschwellige das ausprobieren und dank der pandemie gab es ja gar keine wahl also insofern haben haben ich glaube flächendeckend die meisten ja die erfahrung wir sind jetzt glaube ich im 17 oder 18 monat das voll zu hause seins und je nach unternehmen und sicherheitsaspekt kehrt man ja dann schon ganz zurück oder nur in teilen das muss man dann sehen die auseinandersetzung niedrigschwelligkeit und vertrauen schenken will gelernt sein nicht jeder lässt gerne los sondern es gibt auch noch die frage was was ist kontrolle was muss ich kontrollieren wo kann ich den freiraum geben wie orchestriere ich das denn man hat quartals kennzahlen die muss man erreichen und jetzt machen alle was sie wollen da schaut man ja drauf wie bei einem feldexperiment und sagt oh kommt das denn dann auch wirklich aber ich hatte auch viele wunderbare momente wo dann gesehen wurde ich muss das gar nicht kontrollieren ich muss denen das gar nicht sagen die können das und in denen steckt viel mehr und das ist das tolle wenn man die dann mitnimmt und die geschichten oder oder dann berichten was passiert ist und über dieses storytelling man dann dazu kommt dass andere sagen wenn das da klappt dann klappt das bei mir auch und dann gibt es eine positive motivierung dass andere sich auch trauen und das gute war dass wir es alle zusammen gemacht haben und nicht das ganze unternehmen drei piloten beäugt und sagt klappt das denn so glaube ich gibt es da keinen weg zurück ja was was für uns da so oben drüber steht ist auch so das thema vertrauenskultur sie haben auch mehrmals das wort vertrauen benutzt das ist sicherlich ganz wichtig dass es darf kein blindes vertrauen sein aber schon ist es quasi die grundlage auch dann für ein gutes miteinander und eben auch die breite erfahrung die wir jetzt gemacht haben die zum teil schmerzig weil ich halt zum teil über dem was eigentlich gutes hinausging aber das ist ja auch gut dass man grenzen dann erfahren hat in dieser breite also da merken wir jetzt auch eine deutliche deutliche veränderung auch ja wir kommen ja so langsam aus der ich hoffe mal aus der pandemie heraus was würden sie denn so als abschließende frage sehen wo stehen wir denn in fünf jahren wie sieht die arbeitswelt aus in fünf jahren da sehe ich uns sehr frei und selbstbestimmt zelebrierend wenn wir zusammenkommen also eine strategische offzeit von einer woche ist das highlight des jahres dann gibt es phasen wo man dinge ausschreibt sich für projekte meldet sagt ich möchte was neues lernen da gehe ich mal in den bereich rein wird agil als team zusammengeformt ich glaube dass das hat viel von plattform ich glaube in netzwerken wird ausgeholfen was das eine unternehmen kann wird dann mal ich bin ja auch noch juristin also weder entliehen noch freizügigkeit ich lasse die ganzen probleme weg aber ich glaube wir kommen wirklich zusammen dass spezialisten sich form an themen arbeiten dann wieder rausgehen ich glaube man hat eine brand dahinter dass man weiß ich bin für das unternehmen x und y ich mag das das ist meine kultur wir fördern solche dinge also jetzt die flutkatastrophe beispielsweise da helfen wir wir haben auch was weiß ich bp gibt die feuerwehr und elektriker andere bringen das dann wird ich sag mal telefon netzwerk zusammen aufgebaut danach kommen die zurück so ähnlich wie in der pandemie dann desinfektion hergestellt wurde ich glaube das wird offener und kollaborativer und immer wichtiger in dieser welt ist der sinn und zweck wofür mache ich das teilen wir da etwas was gut für die welt ist und alle insgesamt nach vorne bringt möchte ich dafür stehen ich glaube das ist auch der vorteil von wohlstand dass wenn man die generation sieht und denen möchte ich auch immer nicht alle generation z sind so und so das stimmt ja auch alles überhaupt nicht aber ich glaube dass alle mit dem was wir erleben und was an schlimmen dingen ja noch passieren wird wenn die welt aus dem gleichgewicht kommt doch immer häufiger die frage kommt leiste ich einen beitrag kann ich sagen net zero mein unternehmen wofür steht es wo will es hingehen ist das was wir tun sinnvoll gehen wir gut mit unseren menschen um passt das zu meinen werten und wenn wir dann ja sehen dass wir immer weniger werden kann man glaube ich als mitarbeiter und mitarbeiterinnen immer besser aussuchen und ich glaube das wird dazu führen dass sich das wirtschaften aus meiner sicht auch eine stück weit in gut und nachhaltig und ressourcenschonend verändern wird das hätten wir vielleicht viel früher tun können aber ich glaube jetzt ist es soweit dass sich dass ich dass sich vieles ändert und wir müssen ja auch aber vielleicht noch ein satz zum veränderungsmanagement oft ist es gut wenn man dahinter auch einen veränderungsdruck hat ist jedenfalls meine erfahrung das geht manchmal dann schneller und besser und mit einem rutscht als wenn man viele überzeugt und sich sehr langsam bewegt für die sache das ist zwar keine schöne perspektive aber zumindest dass wir es diesmal schaffen und dann auch in richtung klimaziele und andere dinge erfolge zusammen feiern als nationenübergreifend also so sehe ich die welt da in der zukunft also es braucht sicherlich so antreiber auch dafür und da sind sind sie als person und auch sie als verband sicherlich auch eine antreiber auch in dieser gesellschaft und bei allem ernst der herausforderung die wir auch haben durch pandemie oder flut oder oder auch klimawandel ist es doch auch eine herausfordernde aber auch eine spannende zeit was personalmanagement gerade anbetrifft weil da können wir alle gestalten mit und sind aber auch mitverantwortlich für die zukunft dann die wir dann haben in fünf jahren in zehn jahren oder unsere kinder haben werden ja ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das gespräch frau transfeld hase ganz spannend und ja gerne weiter im gespräch bleiben ich bin ganz gespannt auch weiter zu hören vom bundesverband was da passiert in den nächsten in der nächsten zeit weil es wird ja auch viel zu gestalten geben wir haben bundestagswahlen dann wird es auch wieder um gesetzgebung geben sie sind juristin auch das sind ja auch ganz spannende diskussionen und da hätte ich noch einen wunsch denn wenn wir die flexibilität haben und das alles kommt dann ist mir wichtig gerade auch für die eltern und wenn wir sehen was kommt noch und sicherlich ist die pandemie nicht vorbei und gerade die kinder aus können sie geschützt werden können sie geimpft werden was müssen wir erwachsenen tun um die schwächeren die nicht geimpft werden können dort zu schützen was kann investiert werden und kommt da noch mal lockdown und andere dinge das eine unglaubliche belastung für die erwerbstätigen eltern die haben nicht immer die größte stich und dann bundestagswahl wenn das kommt wir haben alte gesetze und brauchen jetzt viel flexibilität ich glaube wir sind uns einig mit den hybriden arbeitswelten da wäre zumindest so eine wochen arbeitszeit was sehr schön ist dass man dann noch mal abends gucken kann und nicht dann erst mittags wieder im büro kommt und irgendeiner sagt wo waren wir denn ach ja die ruhezeit ich glaube da haben wir dinge dass wir die wirklichkeit noch besser vereinen mit den gesetzlichkeiten und da würden sich viele viele eltern und erwerbstätige insgesamt glaube ich freuen wenn wir da ein bisschen flexibilität dann mit schwung nach der regierungsformung dann in angriff nehmen das als wunsch von meiner seite noch da muss ich sicherlich parallel noch einiges entwickeln mit der kultur auch was dass das auch formal alles gut lebbar wird ja ganz vielen dank für das gespräch frau transfeld hase und ja wir werden weiter beobachten wie es passiert und mit gestalten und freut mich dann auch wieder von ihnen zu hören vielen dank für das gespräch herzlichen dank schmitz und alles gute bleiben sie gesund vielen dank für das gespräch herzlichen dank für das gespräch herzlichen dank für die